Saddam Hussein war von 1979 bis 2003 Staatspräsident und von 1979 bis 1991 sowie 1994 bis 2003 Premierminister des Irak. Er regierte das Land diktatorisch und wurde später wegen des Massakers an Schiiten und Kurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Kindheit und Jugend Saddam Hussein wurde in Olauja, einem Dorf bei Tigrit, am 28. April 1937 in eine ärmliche Bauernfamilie geboren. Seine Familie gehörte zum sunnitisch-arabischen Stamm, der Al-Bunazir. Sein leiblicher Vater Hussein Al-Majid verstarb, während seine Mutter Sopar mit Saddam schwanger war. Als sie im achten Monat schwanger war, verstarb auch Saddams ältester Bruder an einer Krebserkrankung. Daraufhin unternahm Sopar einen Selbstmordversuch, wurde jedoch von einer jüdischen Familie daran gehindert und finanziell unterstützt. Ebenso versuchte Sopar erfolglos, ihren ungeborenen Sohn abzutreiben. Sopar gab Saddam nach seiner Geburt an ihren Bruder Kairala Talfa, der als Offizier über einen höheren sozialen Status und Geld verfügte. Nach Tigrit 1941 wurde Talfa wegen seiner Mitwirkung im Gailani-Putsch inhaftiert und Saddam musste zu seiner Mutter zurückkehren. Sie hatte mittlerweile einen Verwandten namens Hassan Ibrahim geheiratet und war mit ihm nach Al-Shavish, einem ärmlichen Dorf bei Tigrit, gezogen. Hassan Ibrahim war dort übel beleumundet. Sein Spitzname im Dorf war Hassan der Lügner. Ebenso schmückte er sich wohl unverdienterweise mit dem Titel eines Hatsch. Die meisten Quellen beschreiben Saddams Leben im Dorf als das eines Außenseiters, der aufgrund seiner Vaterlosigkeit sozial ausgegrenzt wurde. Einzig eine offizielle Biografie schildert ihn als sozial integriertes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Saddams Wunsch nach einer Schulausbildung wurde von seinem Stiefvater und seiner Mutter abgeschlagen. Stattdessen wurde er zur Feldarbeit herangezogen und von seinem Stiefvater zum Diebstahl angestiftet. Was Saddams bereits in der Kindheit einen kurzen Gefängnisaufenthalt einbrachte. Er wurde auch Opfer von physischer und psychischer Gewalt durch seinen Stiefvater. Seinen eigenen Aussagen nach trug Saddams stets eine Eisenstange mit sich, um sich gegen die Angriffe der anderen Dorfkinder zu wehren. Nach der Freilassung seines Onkels Kairala Talfa verließ Saddams den Haushalt seines Stiefvaters und floh zu seinem Onkel nach Tigrit. Dieser sorgte dafür, dass Saddam mit zehn Jahren eingeschult wurde. Er erzog den Jungen im Geiste des arabischen Nationalismus. Mit 14 Jahren stand Saddam unter dem Verdacht aus, Rache den Bruder eines Lehrers angeschossen zu haben. Die Beweise erhärteten sich jedoch nicht und Saddam konnte die Schule abschließen. Nach seinem Schulabschluss zog Saddam mit seinem Onkel nach Bagdad, wo er eine weiterführende Schule besuchte und mit 18 Jahren abschloss. Nach seiner Schulausbildung wurde Saddam Kairalas älteste Tochter Sajida versprochen. Politische Karriere Saddam trat 1956 der damals noch verbotenen Bateha-Partei bei und nahm 1957 an einem erfolglosen Putschversuch gegen den irakischen König Fessel II. Teil 1958 unterstützte er eine weitere von Generala Bede al-Karim Kazim geführte Gruppe. In der Folge eines misslungenen Attentats auf Premierminister Kazim im Oktober 1959, bei dem Saddam am Bein verletzt wurde, war er gezwungen, über Syrien nach Ägypten zu fliehen. Er wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der amtierende Chef der Bateha-Partei, Fuadarikabi, wurde wegen des fehlgeschlagenen Attentats durch einen entfernten Verwandten Saddam Husseins, Machid ersetzt. Sein Studium an der Juristischen Fakultät der Universität Kairo beendete er ohne Abschluss. Er kehrte am 8. Februar 1963 nach dem blutigen Putsch der Bateha-Partei in den Irak zurück und heiratete Sajida Kairala. Nach einem erneuten Machtwechsel wurde er 1964 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Floh aber mit Hilfe Tahir Yahiyas im Juli 1966. 1968 unterstützte er einen erfolgreichen Staatsstreich von Bateha-Partei und Armee. Aufstieg als die Bateha-Partei 1968 im Irak an die Macht kam, wurde Saddam in der neuen Regierung stellvertretender Generalsekretär des Revolutionären Kommandorates sowie Chef des Ministeriums für Staatssicherheit und des Propagandaministeriums. 1969 wurde er Vizepräsident. Am 1. Juni 1972 leitete er die Verstaatlichung westlicher Ölfirmen ein, die ein Ölmonopol im Irak hatten. Mit den Öleinnahmen entwickelte er das Land zu einer regionalen militärischen Großmacht. Die Einnahmen aus dem Ölverkauf sorgten aber auch für den Wohlstand breiterer Bevölkerungsschichten. 1972 unterzeichnete Saddam in Moskau ein Freundschaftsabkommen mit der Sowjetunion. Am 1. Juli 1973 wurde er vom Revolutionsrat zum Drei-Sterne-General der irakischen Streitkräfte ernannt. Später ernannte er sich selbst zum Feldmarschall. Am 6. März 1975 schloss er als Vizepräsident mit dem iranischen Shah Mohammed Reza Pahlavi das Abkommen von Al-Gyi über den Grenzverlauf im Schad. Arab und die gegenseitige Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten 1979 ernannte Präsident Ahmad Hassan al-Bakar Saddam im Alter von 42 Jahren zum Vorsitzenden der Partei und zu seinem Nachfolger. Am 11. Juli 1979 wurde er Generalsekretär der Bar-TH-Partei und am 16. Juli 1979 übernahm er die Macht als Staatspräsident und Regierungschef. In dieser Position diffamierte Saddam öffentlich Mitglieder der Bar-TH-Partei, woraufhin sie ohne Prozess zum Tode verurteilt und sofort liquidiert wurden. Andere Parteimitglieder wurden durch dieses Exempel auf die Linie Saddams eingeschworen, der so auch den geplanten Zusammenschluss mit dem ebenfalls baaristischen Regime Syriens verhinderte. Dennoch war Saddam Husseins Autorität noch eingeschränkt. Nach dem Tausch seines Amtes mit al-Bakar blieb dieser faktisch Vizepräsident bis zu seinem Tode im April 1982. Saddam Hussein nutzte diese erste Zäsur einer Machterweiterung bereits im Juli zu einem folgendrächtigen Alleingang. Er gab den Rückzugsbefehl für die irakischen Truppen in einer entscheidenden Phase des Golfkrieges gegen den Iran. Die zweite Zäsur war 1989. Mit dem Tod des Bar-TH-Parteigründers und Vizepräsidenten Michel Aflack und dem Tod des als Kriegsminister im Golfkrieg populär gewordenen Scherr al-Atalfa durch einen unaufgeklärten Hubschrauberabsturz im gleichen Jahr gab es keine rivalisierende moralische Autorität mehr außer dem Präsidenten, die seine Entscheidung zum Krieg gegen Kuwait hätte beeinflussen können. Saddam pflegte sich Al-Qaida Daruri nennen zu lassen. Er sah sich als tatsächlichen Nachfolger des Königs von Babylon und Begründers des Neubabylonischen Reiches Nebukadnezzars II. Saddam Hussein ist für unzählige Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich, die in seiner Regierungszeit verübt wurden. Darunter Massenmorde an Kurden und Schiiten. Der erste Golfkrieg etwa ein Jahr nach der Revolution im Iran gegen den pro-westlichen Mohammed Reza Pahlavi kündigte Saddam Hussein am 17. September. 1980 Dekasekunden Abkommen von Algier, welches zuvor auch der Iran als nicht mehr bindend erklärt hatte. Der Irak verweigerte daraufhin die Räumung der 1975 abgetretenen Grenzgebiete, die seit dem 4. August unter iranischem Beschuss lagen. Am 22. September 1980 befahl Saddam der irakischen Armee, den Iran mit 9 von insgesamt 12 Divisionen auf einer 600 Kilometer breiten Front anzugreifen. Dies bildete den Auftakt für den fast 8 Jahre dauernden Ersten Golfkrieg. Dabei spielten auch verschiedene westliche Staaten eine führende Rolle, die den Irak wegen der drohenden Niederlage gegen den Iran massiv unterstützten. Wie Frankreich und Deutschland als Rüstungsexporteure und Lieferanten für Kernreaktoren sowie Chemianlagen. Hauptunterstützer des Iraks waren die Sowjetunion, Frankreich und die Volksrepublik China, die allerdings auch den Iran belieferte. Auf einer vom Stockholmer SIPRI-Institut erstellten Übersicht folgen die USA erst an 11. Stelle. Allerdings belieferte auch Washington beide Seiten. Eine besondere Bedeutung hatten weiterhin die sunnitischen und wahhabitischen Golfstaaten als Kreditgeber und Finanzierer des Ersten Golfkrieges. Das Unvermögen, die Kredite zurückzuzahlen, wird allgemein als einer der Gründe für die versuchte Annexion Kuwaits durch den Irak betrachtet. Während des Krieges ließen Hunderttausende ihr Leben allein durch Saddam Husseins Giftgaseinsätze mehrere tausend Menschen. Sehr kritisch betrachtet werden Vermutungen, denen zufolge der US-Geheimdienst dem Irak Satellitenbilder der iranischen Stellungen zur Verfügung stellte. Und die Zurückhaltung und teilweise stillschweigende Billigung eines Großteils der Staatengemeinschaft. Um die Neutralität der schiitischen Bevölkerungsmehrheit des Irak im Krieg gegen den Iran zu sichern, trat Saddam Hussein 1981 im Beisein des damaligen Groß-Sahyatollahs Abul Qasim Al-Khol formal zur Schia über. Gegen Ende des Krieges 1988 befall Hussein die Anfalloperation im Nordirak und intensivierte damit die seit Mitte der 1970er Jahre bestehende Arabisierungspolitik gegen die Kurden. Die Durchführung übernahm Ali Hassan al-Majid, ein Vetter von Hussein, der durch den Einsatz von Chemiewaffen gegen die kurdische Bevölkerung unter dem Namen Chemical Ali bekannt wurde. Im Rahmen dieses Genozids wurden laut Human Rights Watch von Februar bis September 1988 bis zu 100.000 Kurden systematisch ermordet und eine unbekannte Zahl in den Süden des Irak deportiert. Ferner wurde die Infrastruktur von etwa 2.000 Dörfern und 20 Kleinstädten, darunter die Stadt Keladize mit ihren damals 70.000 Einwohnern, zerstört. Die Kurden selber schätzten die Zahlen der verschwundenen Menschen auf 182.000 und die zerstörten Dörfern auf 4.000 ein. Im Gegensatz zu früheren Einsätzen von Giftgas wurde der Giftgasangriff auf Hele-PCE von der westlichen Presse mit Entsetzen und Empörung zur Kenntnis genommen. Staatliche Seiten verhielten sich weiterhin zurückhaltend. Am 18. Juli 1988 willigte der Iran in die Waffenstillstandsbedingungen der UN-Resolution 598 ein, die Saddam Hussein bereits zuvor akzeptiert hatte. Ajatullah Omeni kommentierte dies mit dem Zusatz Bitterer als Gift. Am 8. August 1988 wurde ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das am 20. August 1988 in Kraft trat. Zum Abschluss eines Friedensvertrages ist es seither nicht gekommen. Der Zweite Golfkrieg am 2. August 1990, zwei Jahre nach dem Waffenstillstand, ließ Saddam Hussein Kuwait mit der Behauptung besetzen. Es zart für illegal Ölfelder des Irak an. Die Besetzung erfolgte, nachdem Kuwait die Ölfördermenge erhöht und die Ölpreise gesenkt hatte. Der Irak hatte starke Interessen an einem lukrativen Ölgeschäft, zumal das Land sich im Wiederaufbau nach dem Ersten Golfkrieg befand. Im Zweiten Golfkrieg wurde die irakische Armee Anfang 1991 durch die von den USA geführte Koalition fast vollständig geschlagen. Ein bereits begonnenes Vorrücken amerikanischer Verbände Richtung Bagdad wurde eingestellt, da der Auftrag der UN-Resolution, die nur die Befreiung Kuwaits aber nicht einen Regimewechsel im Irak vorsah, erfüllt war und die Verbündeten der USA nicht gewillt waren, weitergehende Maßnahmen mitzutragen. Der von westlichen Kräften ermutigte Aufstand der Schiiten im südlichen Irak gegen Saddam Hussein wurde durch die militärisch immer noch überlegenen irakischen Regierungsstruppen trotz Einrichtung einer Flugverbotszone niedergeschlagen. Saddam Hussein überlebte zahlreiche Putschversuche und Attentate, auch von ausländischen Geheimdiensten. Er hatte, wie Latifiah hier behauptet, zwei Doppelgänger, V. Azal-e-Marie und einen Zweiten, der 1984 bei einem Anschlag ums Leben kam. Er förderte aktiv die Modernisierung der irakischen Wirtschaft und den Aufbau von Industrie, Verwaltung und Polizei. Saddam leitete den Aufbau des irakischen Landes, die Technisierung der Landwirtschaft und die Bodenreform sowie die Volksbildung. Des Weiteren förderte er die vollständige Neugestaltung der Energiewirtschaft, des öffentlichen Dienstes sowie des Transport- und Bildungswesens. Unter seiner Herrschaft begann eine nationale Alphabetisierungskampagne und die allgemeine Schulpflicht wurde eingeführt. Vor 1990 stieg die Alphabetisierungsrate bei Mädchen auf über 90 Prozent. Nach der Zerstörung von Schulen in den beiden Golfkriegen von 1991 und 2003 sank sie wieder auf 24 Prozent, so die UNESCO. Seit dem 29. Mai 1994 war Saddam wieder Premierminister, nachdem er nach dem Ende des Golfkriegs 1991 diesen Posten aufgab. Zudem bekleidete er das Amt des Vorsitzenden der Bar-TH-Partei und war Oberkommandierender der Armee. Im Oktober 1995 ließ er sich ohne Gegenkandidaten mit 97 Prozent der abgegebenen Stimmen auch offiziell zum Präsidenten wählen. Die Gratulation durch den ehemaligen Staatspräsidenten ABDA Rahman Arif verlieh diese Wahl einen beinahe legitimen Anstrich. 1995 flüchteten Saddams Schwiegersöhne sowie der Geheimdienstchef und dessen Bruder wegen Meinungsverschiedenheiten nach Jordanien. Angeblich durch Saddam begnadigt kehrten sie in den Irak zurück, wo sie im Februar 1996 inhaftiert und drei Tage später erschossen wurden. Die Vereinten Nationen hatten seit dem Zweiten Golfkrieg ein ununterbrochenes Handelsembargo über das Land verhängt. 1996 akzeptierte das irakische Parlament den Oil-4-Food-Plan des HONO-Sicherheitsrates, der dem Irak den Verkauf begrenzter Mengen Erdöls ermöglichte, um dringende humanitäre Bedürfnisse zu decken. Im Oktober 2002 wurde Saddam Hussein in einer offensichtlich fingierten Wahl mit fast 100 Prozent der Stimmen als Führer des Landes für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt. Der Irakkrieg im Irakkrieg marschierten Truppen der Vereinigten Staaten und deren Verbündete am 20. März 2003 in den Irak ein. Die irakische Armee wurde geschlagen, das Land vollständig besetzt. Die USA begründeten dies damit, dass der Irak durch Entwicklung und Besitz von Massenvernichtungswaffen gegen die über ihn verhängten UN-Resolutionen verstoße und das Saddam Hussein terroristische Organisationen wie Al-Qaida unterstütze. Beide Vorwürfe wurden nachträglich durch den Geheimdienstausschuss des US-Senats widerlegt. Am 9. April 2003 wurden die Kämpfe mit dem Fall Bagdads und dem Untergang des Regimes von Saddam Hussein beendet. Auf Saddam Hussein und eine Reihe von führenden Angehörigen der Regierung wurde nach dem Sturz des Regimes ein Kopfgeld von 25 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Nach ihnen wurde auch mittels eines in Umlauf gebrachten Kartenspiels gefahndet, in dem die gesuchten Karoas Herzkönig E.T.C. darstellten. Seine Söhne Uday und Xay, die für ihre Grausamkeit gefürchtet waren, kamen am 22. Juli 2003 bei einem US-Angriff auf ihren Unterschlupf in Mosul nach heftigen Kämpfen ums Leben. Sein dritter und jüngster Sohn Ali Saddam ist untergetaucht. Im Jahr 2011 gestand der irakische Informant Rafid Ahmed Al-Wan El-Jahnabi, der dem Bundesnachrichtendienst unter dem Codenamen Curveball die Informationen über vermeintliche Biowaffen und geheime Massenvernichtungsanlagen geliefert hatte, gegenüber dem britischen Guardian, dass seine Angaben hierzu gelogen waren. El-Jahnabi begründet seine Lügen damit, dass er die Chance gehabt habe, etwas zu fabrizieren, um das Regime zu stürzen. Untertitelung des ZDF, 2020